Kitzfahnen Du hast am allerliebsten Brokkoli und der älteste ist ein wenig heikel. Zucchini mag ich gerne. Der italienische Skikor, kennen Sie den roten und grünen? Ich würde schon sagen Artifrån. Je nach Saison kann ich es auch nicht sagen. Mangold würde ich es einfach so sagen. Röselichöl, definitiv. Warum? Einfach nicht, keine Ahnung. Von Kindheit her einfach nicht. Ist mir zu grün, keine Ahnung. Fankl. Fankl geht gar nicht. Tomaten und Gurken bin ich gar kein Fan von. Oberscheine. Oberscheine. Choleraubi. Herdöpfel oder so etwas. Lauch oder so etwas. Spargeln. Gurken. Ja. Eine Oberscheine. Ich weiss nicht, das ist vielleicht Zucchetti. Mach mal da genug. Was ist das? Ich weiss nicht, wie man das nennt. Wie öberst du es? Also auch gerne wirklich aus dem Garten, wenn sie dann so besonders frisch sind und diesen Gartengeschmack haben. Schon mehrheitlich, saisonal. Und noch locals. Ich gehe auch immer auf den Markt, weil da hat es Säsongemüse. Schon Schweizer war, wenn es möglich ist.